Servus Leute, mein Name ist RagingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem neuen, aber ein bisschen anderen Video und zwar zu einem neuen Raptor Review. Und zwar heute möchte ich euch gerne meine Erfahrungen mit Flixbus mitteilen. Oh ja, ich bin Flixbus gefahren. Oh ja. Jetzt hat er echt mir das an. Nein, was ich euch sagen wollte, ich weiß ja nicht, wie ihr euch damit auskennt. Und für mich war es wirklich das erste Mal, dass ich Flixbus gefahren bin. Und zwar auf der Strecke von Zürich, Karpark, hieß es da, nach Böblingen in Stuttgart, wo ich diverse Kollegen aus meinem Clan, der nichts mit World of Tanks zu tun hat, besucht haben. Das waren mehr oder weniger sieben Leute waren dann, haben da zusammen gegrillt oder sind grillen gegangen. Und ja, und ich habe mir dann mal so überlegt, weißt du Leute, der Zug, das ist eigentlich schon ziemlich nice. Ich als Schweizer, ich liebe Züge. Ich bin ein Freund von Züge, ich fahre eigentlich Zug jetzt mit der neuen Uni. Jeden Tag fahre ich Zug. Ich bin davor jede Woche mindestens vier Stunden Zug gefahren. Habe damit kein Problem, ich mag Züge. Vor allem in der Schweiz sind sie sehr, 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 sehr pünktlich im Gegensatz zu der deutschen Bahn. Aber sind wir ehrlich, das ist halt schon ein Meme, dass die deutsche Bahn nicht pünktlich ist. Ja, normalerweise kann man auch eine Zugstrecke nehmen, die auch mehr oder weniger da so um die drei Stunden andauert eigentlich nach Stuttgart Hauptbahnhof. Und das ist sogar eine direkte Verbindung von Zürich Hauptbahnhof und die ist eigentlich mehr oder weniger Punkt drei Stunden. Natürlich kann es mal dazu kommen, dass es da teilweise Problemchen gibt, wie zum Beispiel, dass es eine Leitwerksstörung gibt, weil ein Blitz dahingeschlagen hat. Dass zum Beispiel auch etwas passieren kann und so weiter und so fort. Aber der größte Kritikpunkt beim Zug ist, es ist verdammt teuer. Also für die Strecke Zürich-Stuttgart zahle ich im Durchschnitt mindestens 95 bis 100 Euro. Je nachdem, ob ich noch einen Sitzplatzreservierung nehme. Und je nachdem, ob ich über Karlsruhe dann wieder fahre und dann mit dem ICE nach Basel und dann von Basel aus nach Zürich oder nach Luzern, je nachdem. Denn ich wohne hier da in der Nähe von Stammz, hier in dem schönen Vierwaldstättersee, der ja noch sogar ein bisschen aussieht wie ein Drache. Und darum haben wir auch die Legende hier von Pilatus Drachen. Kleine Trivia, ganz kleine Trivia. Aber ja, ich habe mich jetzt diesmal entschieden, mal Flixbus zu nehmen, da es halt wortwörtlich eine billige Variante ist. Und obwohl ich mich ziemlich spät noch reserviert habe für den Flixbus, habe ich trotzdem nur 30 Franken gezahlt. Was vielleicht so umgerechnet ebenso handgelenkt mal P, so 28 Euro sind. Für die gleiche Strecke, für hin und zurück. 28 Euro auf der einen Hand gegen 95 Euro auf der anderen Hand. Versteht ihr? Okay, ich bin so ein bisschen in der Zwicklung gewesen. So, ja, solch jetzt wirklich Flixbus fahren ist natürlich auch ein bisschen unsicher. Da, hey, Autobahn und so weiter. Und da kann schon mal was passieren. Und natürlich ein großes Problem mit Flixbus ist, es sind halt, ähm, wie soll man denn sagen? Entschuldigung, ich muss kurz gucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Wäre natürlich toll gewesen, wenn sie nicht laufen würde. Bravo, Raptor. Nein. Ähm, ja. Ein großes Problem natürlich bei Flixbus ist ein bisschen, wieso sind sie so billig? Und, weil sie teilweise sehr, sehr viele ausländisch sprechende Fahrer haben. Und sie natürlich deswegen halt ziemlich billig sind, ne? Und das macht natürlich meiner Mutter Sorgen. Das macht mir natürlich persönlich Sorgen. Und jetzt wollte ich euch doch mal sagen, sind denn diese Sorgen begründet oder unbegründet? Nachdem ich jetzt insgesamt sechs Stunden Flixity, Fluxity, Flixbus gefahren bin oder ein bisschen länger, da wir beim Zurückfahren Stau hatten, ein bisschen, um, noch... Komischerweise wurden wir am Zoll rausgenommen und sie haben natürlich, wir hatten vier wirklich schwarze Personen bei uns im Bus und die wurden alle rausgenommen. Die mussten alles auspacken. Okay, also, ähm, selektive Wahrnehmung oder selektives Aussuchen von dem Schweizer Zoll, wer weiß, aber ja, haben da auch nochmal 15 Minuten warten müssen. Aber nun ja, die erste Hinfahrt, die verlief eigentlich ziemlich problemlos, war ziemlich schnell, also wir waren on point, obwohl wir noch in Konstanz zwischenhalten mussten, aber wir waren wirklich on point und, ähm, ja. Ah, wir hatten auch gar keinen Stau. Was mir aber dann blöderweise aufgefallen ist, als wir dann beim Carpark waren und wir gefragt haben, vor allem eine ältere Frau, eine ältere Dame war da und sie musste nach Freiburg, also sie musste sie den Flixbus suchen nach Freiburg, ne. Und sie hat natürlich unsere Flixbusfahrer gefragt, das sind immer zwei Leute, ist ja logisch, weil diverse Strecken gehen bis zu zehn Stunden oder so oder von Hamburg nach Mailand, das weiß nicht, wie lange das ist, aber ich schätze mal, warte mal, ähm, Deutschkenntnisse von mir in Deutschland. Deutschland sind natürlich sehr gut, also von hier nach, äh, Mailand, wo ist in Mailand, da. Das ist schon eine ordentliche Strecke, wenn das hier drei Stunden sind, drei, sechs, neun, äh, vielleicht elf, dann hier durch nochmal drei, sind vierzehn, ja, vielleicht 15 Stunden Fahrt, das kann man natürlich nicht als eigener Carfahrer, Busfahrer da einfach durchackern, ne. Das kann man halt echt nicht durchackern und schon wieder werde ich da, hm, machen wir hier wieder auf To Not Disturb, damit ich nicht unterbrochen werde. Ja, ist natürlich auch ein bisschen, ja, die müssen natürlich, das ist halt eine Sicherung, dass halt die zwei Leute sind, aber jetzt kommt das große Problem beim Hinfahren. Beide Fahrer haben, ja, glaube ich, weniger als zehn Worte Deutsch sprechen können und ich glaube, noch weniger Englisch. Es hat sich herausgestellt, als ich dann gefragt habe, äh, mit wirklich dem schlechtesten Englisch, das es geht, what language, oder welche Sprache, ähm, haben sie gesagt, ruskiu ur polski. Und ich dachte mir so, oh curva. Und ja, ein großes Problem aus meiner Sicht, wenn die Fahrer nicht ein einziges Wort, also wirklich nicht die Basics von Englisch oder Deutsch verstehen. Ich verstehe, das ist billige Arbeitskraft, aber ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hätte kein Problem pro Fahrt vielleicht vier Euro oder so noch mehr zu zahlen, dass die am Ende eine ordentliche Englischausbildung haben. Wenn es nur irgendwie das basic Englisch ist, aber mit Englisch kommt man immerhin ein bisschen durch, oder? Ich musste ihm dann auf Google Translate sagen, hey, Kollege, Toilette überlaufen stinkt. Eine andere Kundin, sage ich jetzt mal, oder Mitfahrerin, kam auch nach vorne und hat dann gesagt, oh, bitte, wollte ich was sagen. Also, weißt du, das Problem ist vor allem, die haben nicht irgendwie probiert zu sagen, I don't speak English oder so, oder Inglaski, oder weiß auch nicht, wie das auf Polnisch heißt. Also, einfach, äh, kurwa, kurwa, ja, blablabla, blablabla, irgendwie haben sie einfach weitergeredet auf ihrer polnisch- oder russischen Sprache, was sie da geredet haben. Ich denke mir so, ey, Kollege, immerhin probier's doch, aber da hast du gemerkt, das ist denen scheißegal. Leider Gottes, auch beim Hinfahren muss ich auch sagen, der eine Fahrer ist mir ein paar Mal ein bisschen stark nach links weggedriftet und einmal muss er ziemlich hart auf die Bremse gehen, weil er das Navi nicht lesen konnte. Das Navi, das dir anzeigt, rechts abbiegen, hat er nicht verstanden, auf der rechten Spur zu bleiben. Und musste anhalten bei der Autobahnausfahrt, oh mein Gott. Naja, das war die Hinfahrt. Die Rückfahrt hatten wir 20 Minuten eben Verspätung, schon bis der Bus bei uns gewesen ist, in Böblingen. Und dann noch ein bisschen längere, ähm, Rückfahrt oder noch ein bisschen längere Zeit fürs Zurückfahren. Äh, eben noch wegen dem Zoll, wegen der Staube, musst du auch noch tanken gehen. Das ist natürlich logisch, wenn du von Hamburg kommst, da braucht natürlich da so ein Bus schon noch ein bisschen, ähm, ja, Sprit. Wie ging es denn weiter? Glücklicherweise hat der zweite, oder der zweite Bus beim Zurückfahren, konnte der Fahrer immerhin ein bisschen deutsch, konnte sich ein bisschen durchschlagen, konnten uns ein bisschen Auskunft geben, hat sich sogar entschuldigt, dass wir ein bisschen Verspätung hatten. Und da muss ich sagen, hey, weißt du, Basics sind ja in Ordnung. Es ist jetzt eine Drittsprache, je nachdem, oder Zweitsprache, und sind wir ehrlich, Deutsch ist schwer. Guckt euch doch schon mal die Logik von die, ähm, die Tasche der Frau an. Das macht doch keinen Sinn für einen Ausländer. Dass du, du lernst irgendwie drei Jahre, dass es die Frau ist, und plötzlich ist es nur noch der, ähm, der Frau, ne? Das macht ja auch keinen Sinn für einen Ausländer. Aber eins muss ich sagen, was mich jetzt in Konklusion beim Zurückfahren, ähm, muss ich sagen, sind sie besser gefahren, die beiden Fahrer, die wir hatten. Eins muss ich einfach sagen, und ich glaube, da kann man ja nicht eine sehr, sehr gute Analogie aus World of Tanks ziehen. Was ich natürliche, es ist ein World of Tanks-Channel, ne? Ähm, ja. Momentan, es ist halt, eben, 28 Euro gegen 95 Euro. Ich kann mehr als dreimal die gleiche Strecke fahren, oder? Einmal. Das Problem ist einfach, es ist so billig, oder besser gesagt, es gibt keine bessere Alternative. Das ist momentan so das Problem, das ist ja genau das gleiche Problem in World of Tanks, ne? Es gibt einfach keine bessere Alternative in so einem Spiel drinne. War of Wander? Ja, toll, wir sind einfach jedes zweite Mal, wenn du ein Realistik-Spieles gewon-shottet, weil irgendjemand mit einem Schuss alle Crew-Möhrungen dabei rausgeschossen hatte. Armored Warfare? Pff, wer spielt schon Armored Warfare? Ähm, dann haben wir eigentlich nur noch World of Tanks, und Battlefield 1 ist kein Panzerspiel. Vor allem, es möchte ein Fortnite 2.0 werden, in dem wir plötzlich im Zweiten Weltkrieg Frauen, die amputiert haben, Schwarze, die, glaube ich, für die Deutschen sogar gekämpft haben, so. Ja, Problem ist halt eben, Flixbus, es gibt einfach keine bessere Alternative, also wir sind jetzt nicht auf der Strecke, die ich jetzt gebraucht habe, und es ist halt billig, ne? Konklusion, oder too long didn't watch, es kann funktionieren, es hat für mich funktioniert, aber Zug wäre mir schon lieber, aber für knappes Budget ist Flixbus definitiv die bessere Option. Ob es jetzt billiger wäre mit dem Auto, man könnte es mit den jetzigen Spritpreisen berechnen, also wenn ihr zum Beispiel jetzt euer Auto so auf 100 Kilometer 6 Liter verbraucht, und wir jetzt 200 Kilometer sind, umgerechnet eben, sagen wir mal so, ich glaube jetzt der Preis in der Schweiz für einen Liter ist 1.60, 1.60, glaube ich, also haben wir 12 Liter verbraucht, mal die 1.60, gibt 20.02, das ist sogar ein bisschen weniger, als das, was ich jetzt, ähm, das ist weniger, als das, was ich bei Flixbus bezahlt habe, für die gleiche Strecke. Oder, ne, weil manche 28, nee, ist sogar teurer, als was ich bei Flixbus bezahlt habe, für eine Strecke. Ungefähr gleich teuer, hätte ich gesagt, nur das Problem ist eben, du musst jetzt mal ein Auto haben, und ich als Student kann mir wirklich kein Auto leisten, ne, dann ist es natürlich schon die billige Option gewesen. Ja, eben, es ist billig, aber du kriegst genau das, was du eigentlich zahlst. Je nachdem, ein Bus, der keine Toilette hat, die nicht funktioniert, oder wortwörtlich die Toilette mit überlaufen ist, und der ganze Bus stinkt nach Scheiße. Beim Hinfahren war das so, oder auch beim Zurückwahren, glaube ich, die Toilette nicht funktioniert. Immerhin, die Fahrer haben, also die Toilette nicht gestunken, und wir haben auch kurz in der Raststelle eine Pipi-Pause gemacht, für die anderen Leute, die schon länger drin sind im Bus. Ja, eben, du kriegst wirklich das, was du zahlst. Es ist billig, und es funktioniert. Wie lange es funktioniert, ist eine Frage. Wenn ihr euch mit polnisch, russisch und anderen, halt wortwörtlich Ostblockstaaten rumeiern wollt, dann funktioniert es. Ich muss auch ehrlich sagen, höchstwahrscheinlich, wenn ich wieder nach Stuttgart fahre, zu meinen Kollegen, werde ich höchstwahrscheinlich wieder Fluxbus nehmen. Es ist einfach billiger, und man kann es sich halt einfach leisten, im Gegensatz zum Zug, der halt mehr als dreimal teurer ist. Ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe euch, dieses Raptor-Review hat euch ein bisschen geholfen. Ich habe jetzt noch nicht flashy Images oder irgendwie sowas gehabt. Ja, aber wieso sollte ich Bilder machen von der fucking Busfahrt? Like, come on! Ich habe jetzt gedacht, hey, ich bringe jetzt hier ein bisschen die Facecam rein. Da sehen wir euch auch ein bisschen mit gestikulieren, und nicht nur argumentieren. Wenn ich die ganze Zeit nach hier drüben gucke, da ist mein Bildschirm, wo ich sehe, was ich aufnehme. Da muss ich natürlich immer ein bisschen gucken, ey, sieht super gut aus. Ja, und natürlich, vielleicht, wenn es euch natürlich gefällt, kann ich mal von anderen Sachen, die ich tagtäglich brauche, so ein Raptor-Review machen. Wie gesagt, ich habe da kein Skript oder so. Das ist jetzt einfach mich persönlich ein bisschen rumgebrabbeli-brubbelt. Und ja, ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und lasst mich wissen, was ihr von dem Format haltet. Mal gucken. Danke für die Maus und ciao.